Willkommen zum nächsten kleinen Demo- und Tutorial-Video zu EON Timeline 3. Bevor ich euch die Funktionen ausführlicher erläutere, will ich einen Überblick über das Interface geben. Wir sehen hier also jetzt den Startschirm, der am Anfang auftaucht, wenn ihr noch kein Projekt offen habt. Hier oben sehe ich einfach im Hintergrund, das kann ich jetzt erstmal noch nicht anklicken, die Kopfzeile sozusagen könnt ihr in dem Moment noch ignorieren. Hier könnt ihr eine neue Timeline anlegen, eine bestehende öffnen. Hier zeigt er die zuletzt verwendeten und hier habe ich eine Verlinkung zu bestimmten Artikeln. Da kann auch, denke ich, eine Neuigkeit, wenn es ein Update gab, wird das wahrscheinlich auch hier auftauchen, einen Link zu den neuesten Features. Genau das sind die neuesten und hier unten sind Links zur Knowledge Base, zum Support und so. Und hier sind ein paar Demo-Beispiele anzuklicken. Dann nehme ich wieder dieses und wollte euch einfach einmal diese Panels kurz erklären, damit man weiß, mit was man es überhaupt zu tun hat, bevor ich dann im nächsten Video die Funktionen genauer zeige. Also in der ersten Reihe hier oben habe ich Reiter, wo ich die verschiedenen Ansichten sozusagen anwählen kann. Die werde ich euch ja alle noch genauer erklären. Aber das ist sozusagen ganz grundlegend. Dann kommt hier oben rechts das Sahnrad für die Einstellungen. Also die meisten Einstellungen macht man direkt von hier aus. Im Menü oben gibt es noch ein paar andere Einstellungen. Aber die wichtigsten Einstellungen erreicht ihr direkt hier, weil man die häufig braucht. Hier ist so ein Hilfe-Knöpfchen. Da kann man auch ein schönes Tutorial starten, das ganz hilfreich ist. Und rechts davon ist der Inspektor. Jetzt ist nichts angeklickt. Aber wenn ich das hier anklicke, seht ihr den Inspektor. Den kann ich hier mit dem Pfeil wieder rausschieben, wenn ich mehr sehen will. Und mit dem I wieder reinholen. Im Inspektor habe ich hier oben, das nennt sich Identifier. Das ist einfach so eine kleine Zahl, die dieses Objekt immer eindeutig identifizieren lässt. Ist für den Alltag nicht so wichtig. Aber für bestimmte Funktionen spielt das eine Rolle. Schöner ist schon das hier. Jetzt ist das ja hier in der Mitte. Aber angenommen, ich will jetzt hier auf der Timeline irgendwo anders. Gehe ich auf Scroll to Item und dann bringt er mich immer dahin zurück. Name des Objekts, Typ und so weiter. Da gehen wir auf die Details auch dann noch genauer ein. Farbe. Hier habe ich wieder 1, 2, 3, 4, 5 kleine Reiter. Für die Einstellung der Zeit des Datums und sowas. Für die Constraints gehen wir nochmal gesondert drauf ein. Da kann man quasi Abhängigkeiten einstellen. Die Beziehungen zu anderen Objekten, Relationships, die Properties, also die Eigenschaften dieses Objekts. Und Anhänge und Bilder. Ich kann also ein Bild anhängen oder einen Link zu einer PDF und so weiter. Oder der PDF auch direkt anhängen. So, das machen wir wieder raus. Das war der Inspektor. Hier ist die Titelzeile für die Timeline. Das ist der Split View. Ich kann also mehrere Views in einem Bildschirm anzeigen lassen. Da wird diese Zeile auch nochmal wichtig, weil die, die hier blau leuchtet, ist die, die jetzt im Moment aktiv ist. Das spielt eine Rolle. Jetzt ist die andere. Split View mache ich wieder raus. Und dann habe ich hier die Seitenleiste. In der Seitenleiste ist als erstes oben ein großes Plus für Add Item. Also hier kann ich Objekte hinzufügen. Da kriege ich also alle Objekte angezeigt, die möglich sind. In anderen Views wird mir dann direkt nur das angezeigt, was in diesem Fall vielleicht Sinn ergibt. Aber hier ist ein großer Überblick. Calendar Marker ist einfach so eine Art Lesezeichen, womit ich bestimmte Punkte auf der Timeline mir zum schnellen Zugriff markieren kann. Dann gibt es halt einfach eine Suche. Ich denke, das ist reitgehend selbsterklärend. Es gibt das Filterpanel. Das erkläre ich auch nochmal genauer. Aber hier könnt ihr euch eben die ganzen Ereignisse filtern. Und zwar entweder für alle offenen Views. Ihr habt ja gesehen, ich habe eben so einen Split gemacht. Und da kann ich auch den einzelnen Filter nur für den derzeit aktiven Abschnitt setzen. Oder für alle Abschnitte oder alle Views. Nach Farbe und so weiter. Das erklärt sich weitgehend. Das hier ist für die Synchronisation mit Scrivener oder Ulysses. Das zeige ich auch nochmal extra. Das sind wieder diese Constraints, also die Abhängigkeiten. Grundsätzlich geht es darum, dass ich sagen kann, ein Ereignis kann zum Beispiel nur beginnen, wenn ein anderes vorher abgeschlossen ist. Das zeige ich in dem Detail. Das sind jetzt nochmal hier diese Calendarmarkers, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, hier könnte ich jetzt zwischen verschiedenen Lesezeichen im Kalender hin und her blättern. Und hier unten sind es jetzt in diesem Fall, das sieht nicht immer gleich aus, hier habe ich jetzt, also grundsätzlich sind hier Objekttypen anwählbar. Wie zum Beispiel Personen und Orte. Das hängt dann von dem Template ab, das ihr benutzt, beziehungsweise von euren eigenen Einstellungen, welche ihr hier sichtbar habt. Aber grundsätzlich ist das sozusagen der Schnellzugriff auf Objekttypen, die nicht Ereignisse sind, sondern andere wie Personen oder so. Dann haben wir also hier die Timeline mit dem Zoom. Das erkläre ich im anderen Video, aber grundsätzlich kann ich hier zoomen und kann das Zoom hier auch nochmal sozusagen genauer einstellen. Kann auch hier, also dieses komplizierte aussehende Ding, was aber sehr hilfreich ist, ist natürlich nur in dieser Timeline-View. Wenn ich zum Beispiel ein Spreadsheet habe, ist das halt weg. Dafür habe ich dann hier einfach eine Prozentzahl, die ich anwählen kann. Kann ich kleiner oder größer machen. Und in der Timeline habe ich hier noch weitere Funktionen. Das heißt, hier kann ich Item Card, also das, was jetzt hier eingerahmt ist, nennen die eine Item Card. Das heißt, das ist sozusagen die Ansicht dieses Objekts. Und da kann ich hier also genauer einstellen, was da mir alles angezeigt werden soll. Jetzt ist hier unten das Datum. Wenn ich das könnte entfernen. Und da gibt es also eine Unzahl von Dingen, die ich da noch anzeigen lassen kann. Das zum Beispiel macht bestimmt Sinn, dass mir jetzt also die einzelnen Personen angezeigt werden. Das ist jetzt hier in dem Fall so geregelt, dass hier die Initialen der Person mit so einem kleinen Symbol erscheinen. Man kann das aber auch einstellen, dass dann der Name da zum Beispiel steht. Oder Place. Dann sehe ich jetzt hier, an welchem Ort das spielt. Das nächste ist Layout Algorithm. Also es gibt verschiedene Algorithmen, wie das Programm diese ganzen Ereignisse untereinander stellt. Das ist jetzt, ihr könnt es euch mal durchlesen. Also es gibt einfach welche Ansichten, die sind möglichst kompakt, unter Umständen weniger übersichtlich, aber dafür nehmen sie nicht so viel Platz weg. Andere Varianten, wo das eben sich eher ausbreitet und expandet. Also das kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren, welche Ansicht das einem zusagt. Das hängt damit zusammen, wie viele Ereignisse das sind, wie die Zoom-Stufe ist. Also es kann halt sein, dass die irgendwie sehr lange alle untereinander stehen. Oder dass es dann hier oben wieder anfängt. Und unter Umständen, ihr seht es jetzt ja, je nachdem, wie groß der Abstand zwischen den Ereignissen ist etc., kann das sein, dass es übersichtlicher wird, weil es sonst wahnsinnig lang wird. Aber wenn das hier runter geht und hier ist es noch ein bisschen schwierig zu erkennen, ob das jetzt dahinter ist. Das ist in dem Fall ein klein bisschen weiter rechts als das. Deswegen ist das also schon hinter dem zeitlich und in dieser Einstellung hüpft das dann da hoch. Dadurch ist es kompakter, aber auch ein bisschen schwieriger zu erkennen, wo das hingehört. Und in dieser Ansicht sind diese Ereignisse hier unten dran. Sodass es eigentlich klarer ist, dass das jetzt hier immer weiter, immer später ist im Zeitstrahl. Aber es erfordert dafür ein bisschen mehr Scrollen. Also das kann man sich ausprobieren, welche Ansicht die beste ist. Hier sehe ich, kann ich nochmal anwählen, welche, was ich auf der Timeline sehen will. Kann also quasi etwas schneller nochmal bestimmte Sachen ausfiltern. Hier kann ich nochmal die Ereignisse quasi gruppieren. Genau. Also jetzt sind die Ereignisse hier nach Standort, nach Schauplatz gruppiert worden. Das heißt, jetzt habe ich alle, die in Weathering Heights spielen, auf der oberen Hälfte und alle, die in Thrush Cross Grunge spielen, in der unteren Hälfte. Theoretisch könnte ich das auch erreichen, indem ich zwei Split Views mache und jeweils nach dem einen und dem anderen filtere. Aber das ist einfach eine andere Möglichkeit, mir die Ereignisse gruppiert anzuzeigen und die Übersicht zu bekommen. Ich mache es jetzt wieder raus. Jetzt habe ich alles angeklickt. Jetzt ist alles abgeklickt. Jetzt sind alle hier in einem in einem Panel. Das hier spielt jetzt noch keine große Rolle, aber wenn ich Ereignisse habe, die miteinander in Abhängigkeit stehen, dann kommt hier so eine Linie, die mir das zeigt. Das hier springt zum aktuellen Datum. ist jetzt, wenn wir uns bei 17,99 bewegen, ein bisschen ungünstig. Also Show Today. Nein, springt nicht zum Datum, sondern zeigt mir aber nur das heutige Datum an. Ist jetzt bei einer Timeline, die in 17,99 spielt. Unwahrscheinlich, dass ich auf das heutige Datum komme, aber es wird ja auch benutzt für Projektmanagement zum Beispiel. Und da ist es sicherlich hilfreich, wenn man auch weiß, wo man gerade auf einen Blick sieht, wo man jetzt ist. Genau. Das war der Überblick. Ich gucke gerade noch mal, ob hier bei den anderen Views noch was erscheint. Hier ist wieder diese Item Card. Das ist das Gleiche, wo ich hier Datum anzeige. Ja, nein oder so. Ja, das war einfach ein grober Überblick über das Interface. Und die weiteren Funktionen werden in den anderen Videos genauer erläutert. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Vielen Dank.